so freunde willkommen zu einem neuen video wir spielen den neuen modus 50 gegen 50 den anderen werden wir auch noch irgendwann mal ausprobieren aber jetzt legen wir das mal hier ja ich bin allein und zwar das andere kunde die erläuter ich euch später mal irgendwann wir gehen hier retail world aus mein favorit ort ja battle pass habe ich mir auch geholt, dachte ich mir gönn ich ihn einfach mal dann hüpfen wir mal hier raus jedenfalls muss ich sagen macht der fortline wesentlich mehr spaß als cod zurzeit weil für mich ist cod einfach zu verschwitzt und in dem sinne zusammen zu gönn du Hurensohn alter sorry für das wort aber der pisser sagt mir gerade das gebäude wo ich landen wollte muss jetzt die hütte hier nehmen die falle nehme ich mit ich werde schon wieder nichts antun jedenfalls gestorben wird er damit muss ich auch noch irgendwie drei kills hin kriegen damit muss ich auch noch irgendwie drei kills hin kriegen ich habe keine munitionskiste normalerweise ist ja eigentlich immer eine hier schon kohlen drin sehr schön hier ist eine falle ein blaues sniper damit muss ich auch noch einen kill hinkriegen aber tränke werden jetzt viel nicer schild ist in diesem spiel echt überlebenswichtig also wer es ohne schild verrückt ist echt am arsch das kann ich euch gleich sagen gut dass wir gleich ein ding gefunden haben alter die loots lassen mir echt zu wünschen übrig vielleicht hätte ich mir befindet hier oben noch einer ja mann nice überlebenswichtig wir sortieren hier erstmal haben 250 schild da gibt es scheiß drauf damit müssen wir das mal auskauen ein bisschen rohstoffe hier nochmal sammeln 288 das reicht mir erstmal geht hier richtig ja wir gehen richtig ich bin trotzdem mal mit der treiber holz mit zwei feilen haben wir auch am start müssen wir mal gucken wie wir das machen wir haben noch 6 minuten zur zone zu schaffen mal locker ja aber wie gesagt ich freue mich auch auf black ops 4 allein noch den battle royale modus ich bin echt mal gespannt wie der wird da sind die das gut umgesetzt gegen alter dann sag ich euch dann hat active vision wieder was geschafft um ihre spiele zu halten ey mann verarschen 6 paum ich bin echt mal mit der schwede 48 schuss was soll ich damit erreichen ich kriege hier noch nicht mal einen bluchtopf das geht oh malo, 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 malo étais kind mal hör an der hier machen wir mal hin jetzt ja ok Keiner. Ah, die Bots schon gedootet. Abfuck. Schau mal hier. Schau mal hier, wenn ich den Schiebs hole. Ich fach mal mit. Also wirklich weit komm ich jetzt grad nicht. Ah, war ja klar. Gestern war so episch, wo ich nicht aufgenommen hab. Hätte ich mal aufgenommen. Fünf Kills, dann noch epischer Sieg. Göttlich. Wenn es mal immer so laufen würde in dem Spiel. Was relativ schwer ist. Weil man nie weiß von wo der Gegner kommt. Man kommt doch von der Seite, mal von hinten. Mal hast du eine Art Planate am Arsch stehen. Das ist hier echt so das Ding. So kommen wir da nicht hoch. So kommen wir da nicht hoch. So kommen wir da nicht hoch. Alter, ja. Übelst nice. Aber ich ehrlich bin, ich hätte niemanden auf dem Tank und mehr im G. Alter, hier. Die Sauferbruch. Jetzt ist er weg. Da. Wo sind jetzt die Gegner hin? Ach, du scheinst nicht kein Gegner. Das wäre aber jetzt richtig kackig. Wenn ich so jetzt eingeholt hätte, ne? Geil. Geil! Geil. 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 Geil! Geil. Geil. Guck mal, wo wir rauskommen. Guck mal, wo wir rauskommen. Guck mal, wo wir rauskommen, wo wir rauskommen. Guck mal, 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 wo wir rauskommen.